News und Talks für Gebildete. Ja, Dr. Eckart von Hirschhausen von den Scientists for Future hat in seinem Vortrag ähnliche Zahlen gebracht, wie ich sie jetzt mal kurz zeigen werde. Erschreckende Zahlen, die uns zeigen, dass die zweiten Scientists for Future also auf aller allerhöchstens 10% der Bevölkerung, die 10% der klügsten der Bevölkerung hoffen können. Denn die Lage ist entsetzlich. Ja, schauen wir uns einmal an. Es fängt noch harmlos an und wird dann ganz schrecklich. Fangen wir mal ganz harmlos an. Also hier, die soziale Marktwirtschaft hat ja ihre eigene Gehirnwäsche und Propaganda und so weiter. Kommen wir gleich dazu, wie die genau funktioniert. Aber dass eben 14% der Bürger, nur muss man in diesem Fall den Politikern vertrauen, das ist schon mal ein bisschen merkwürdig. Würde ich denn immerhin bekommen, Politiker, einen Teil ihrer Gratifikationen von den Bürgern selber, also vom Steuerzahler, vom Staat sozusagen. Und nur ein Teil der unklaren Gratifikationen sozusagen sich in der großen und reichen Welt bewegen zu dürfen und so weiter. Kommt natürlich von der Wirtschaft und so weiter und von den Lobbyisten und so weiter. Aber dass ihnen nur 14% der Bürger vertrauen, erscheint erschrecken, wenn wir sehen, wem die Bürger am Ende zu 90% vertrauen. Ja, also schauen wir mal weiter. Also das ist schon mal ein bisschen merkwürdig. Ja, dann Versicherungsvertreter. Warum vertrauen nur zu Gesundheitsversicherungen und so weiter. Warum vertrauen nur 23% der Deutschen diesen, ja gut, da kann man sagen, da haben die Bürger ein bisschen, haben immerhin über 75% einen gewissen gesunden Menschenverstand. Warum soll ich jemandem vertrauen, der also hier Evolutionsprozess, wir müssen das ja immer belegen, also hier Evolutionsprozess, falsche Anzeige, hier immer belegen. Hier Versicherungsvertreter, hier stellen wir uns in der sozialen Marktwirtschaft den wahrheitsorientierten Versicherungsvertreter vor, der also wirklich nur versucht, nur die Sachen zu versichern, wo es wirklich sinnvoll ist und auch wirtschaftlich sinnvoll ist und auch nur mit den Firmen, wo es sinnvoll ist. Während hier haben wir den Versicherungsvertreter, der den Leuten ein Irrtum nach dem anderen erzählt, also sozusagen gewinnbringende Irrtümer erzählt, der wahrheitsorientiert ist und die Leute nicht betrügt und belügt oder zumindest nicht selber an Irrtümer glaubt, sondern nur an Wahrheiten glaubt, der wird kein Geschäft machen, der wird nur wenig Kinder ernähren können und wird in der sozialen Marktwirtschaft ruckzuck aussterben. Aber der, der den Leuten gewinnbringende Irrtümer um die Ohren haut und selber auch noch an diese Irrtümer glaubt und deswegen ganz überzeugend auftritt als Versicherungsvertreter, der wird Riesengeschäfte machen, weil er jetzt sozusagen die Bürger über den Tisch zieht und abzockt und betrügerisch, also sozusagen letztendlich sozusagen die Leute irreführt und ihr Geld abkassiert und das ist das Wesen der sozialen Marktwirtschaft und deswegen werden die Versicherungsvertreter dann wieder viele Kinder ernähren können und so weiter und werden als Abzocker und mit Lux und Betrugsbranche sozusagen natürlich gutes Geld verdienen und das ist ja die Perversion der sozialen Marktwirtschaft, nur damit wir das gleich schon geklärt haben. Die Lösung der zweiten Scientists for Future 2 sieht genau so aus, das umzudrehen. Dadurch, dass ich eine wohlfühlen Notenwahlstimme bekomme und meine Gesundheitsdaten mit einberechtigt werden, kann also nur noch Geld verdienen in Deutschland, zukünftig dann, wer mein Wohlbefinden verbessert und meine Gesundheit verbessert. Also der Versicherungsvertreter mit den gewinnbringenden Irrtümern wird in Zukunft dadurch überhaupt kein Geld mehr verdienen, weil ich dann schlechte Wohlfuhlnoten abgebe, nachdem ich dann irgendwann merke, wie ich abgezockt worden bin und so weiter und der Versicherungsvertreter, der mir die Wahrheit erzählt, der wird langfristig die größten Erfolge haben. Also das ist die völlige Umkehr des Systems, deswegen also der vollständige Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise dem Kapitalismus. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu diesen Sachen hier. Ja, also bei dem Versicherungsvertreter, da funktioniert das Gehirn der Deutschen noch einigermaßen. Jetzt schauen wir mal weiter. Werbefachleute, ja, also Werbefachleute sind ja die, die also sozusagen in der sozialen Marktwirtschaft sozusagen nur ein Werbefachmann, der lauter gewinnbringende Irrtümer in die Köpfe der Menschen hineinpumpt, kann überhaupt verdienen, weil er nur, nur, nur er, wenn er nur, wenn er die Menschen konsumsüchtig macht, ihr Leben zerstört, ihr Lebensglück zerstört durch die kleinen Botschaften, die in den Werbespots drinstecken, sozusagen kann nur unglückliche Menschen konsumieren all den Mist, der hergestellt wird von der sozialen Marktwirtschaft. Also Werbefachleute sind eigentlich die, die müssen, ihr ganzes Leben muss aus gewinnbringenden Irrtümern, ihr ganzer Kopf muss angefüllt sein mit gewinnbringenden Irrtümern, sonst wird es nichts mit der Karriere als Werbefachmann, denn wenn sie Wahrheiten im Kopf haben, dann können sie es gleich vergessen, dann manipulieren sie ja die Bevölkerung nicht durch und durch, also werden sie keinen Profit machen und werden in Konkurrenz zu all den Irrtumsträgern immer wieder aussterben in der Evolution. So, dann schauen wir mal weiter. Also Werbefachleute, wie viel Prozent merken wenigstens, dass die, ja, also immerhin merken hier 75 Prozent, hier nein, Werbung, das ist Betrug und Lug und Irreführung und so weiter, aber immerhin 25 fallen noch darauf ein. Also hier von unserer Normalverteilung, ich habe es ja schon gesagt, dass es naturwissenschaftlich bewiesen ist, dass die Intelligenz der Menschheit sich auch normal verteilt, weil das Genom und das Gehirn gleichermaßen Unterschiedsgeneratoren sind sozusagen und alles in der Natur unterschiedlich, also alles auf Unterschiedsgeneration, also Unterschiedserzeugung befußt. Ja, und hier, das sehen Sie, 25 Prozent, also hier noch so ein ganzer Batzen der deutschen Bevölkerung fällt auf Werbung, vertraut sogar noch auf Werbung und die, die darauf reinfallen auf Werbung, das werden wahrscheinlich noch ganz viel mehr sein. Also, weiter geht's. Profisportler, ja, also sozusagen, wenn Profisportler sagen, oh ja, ich bin ein sauberer Sportler, ich betrüge nicht durch Doping oder ähnliche Dinge, dann fallen darauf immerhin schon 37 Prozent der Bevölkerung rein, obwohl auch da der Evolutionswettbewerb genau so aussieht, ja, derjenige, der Sportler, der die Wahrheit sagt und tatsächlich nicht dopt, hat im Wettbewerb in den ganzen Sportarten, wo ja massenbarhaft gedopt wird, ist überhaupt nicht konkurrenzfähig und kann natürlich keine Wettbewerbe gewinnen und landet immer nur auf den hinteren Plätzen, ja, also der Sportler, der sozusagen da mit Doping betrügt, ja, der ist der Einzige, der die Sachen gewinnen kann, also die soziale Marktwirtschaft sozusagen, ja, begünstigt natürlich, dass die Leute, wenn sie Geld verdienen wollen, natürlich betrügen, so gut sie können, ja, und trotzdem fallen auf diese Berufsgruppe immer noch 37 Prozent der Deutschen rein, also nur 63 Prozent ahnen, dass das alles Schwindel ist, ne, so, dann schauen wir mal weiter, dann haben wir hier Journalisten, ja, also das ist auch wieder ein bisschen merkwürdig, denn da ist sozusagen das Misstrauen gegenüber Journalisten, also das sind immerhin, wie viele sind es, 60, 64 Prozent, die Journalisten misstrauen und 36 Prozent vertrauen ihnen, das ist auch wieder ein bisschen merkwürdig, denn auch einen Teil ihrer Gratifikation erhalten ja die Journalisten wieder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, ja, auch wieder vom Staat und haben also eine gewisse Teilunabhängigkeit, aber 20, was weiß ich, 20, 30 Prozent kommen über Werbegelder, also von den Konzernen zustande, also von daher ist auch klar, dass das also sozusagen da ein volles Vertrauen natürlich nicht gerechtfertigt ist, ist, weil die ökonomischen Rahmenbedingungen entsprechend sind, aber erstaunlich ist halt, dass doch so wenige den Journalisten vertrauen, jetzt schauen wir mal weiter, so, Banker, das haben ja mittlerweile alle mitgekriegt, dass also sozusagen es darum geht, dass die Banken natürlich unser Bestes wollen, unser Geld und deswegen immerhin 60 Prozent sind misstrauisch gegenüber Bankern, aber immer noch 40 Prozent fallen auf die rein, also das heißt, da sehen Sie wieder, wo viel Geld ist, können Sie schick auftreten, also mit den Irrtumsmemen im Kopf, also mit den Irrtums, mit dem gewinnbringenden Irrtümern, ja, die dann die Menschen zu Anlagen bringen, die am Ende den Banken mehr nutzen, als dem Bürger, dass, wenn Sie schick auftreten und so weiter, können Sie natürlich damit viel blenden und immerhin sind ja dann 40 Prozent der Bevölkerung schon geblendet, die 40, und hier, wenn ein wahrheitsorientierter Banker, der nicht aus seinen Bankkunden alles, so viel wie möglich Geld rausholt, der wird immer, wird als Bank immer aussterben, es sei denn, er wird vom Staat gerettet, ne, so, jetzt schauen wir mal weiter, dann haben wir hier Schauspieler, ja, also das ist der Punkt, also das sieht man wieder, Schauspieler sind ja Menschen, die uns Verhaltensstörungen, also unterrichten, ich will es mal so darstellen, denken wir nur ans private Fernsehen, ja, dann haben wir hier einen Schauspieler, der gesunde Verhaltensweisen vorspielt und vorlebt, der wird keinen großen Erfolg haben, weil das zu keinem großen Umsatz führt, und hier haben wir also, vergleichen wir den wieder mit dem Schauspieler, der, sozusagen, Verhaltensstörungen unterrichtet, der also unsere Jugendlichen und unsere Kinder zu Fehlverhalten aufhetzt, durch falsches Vorbild, sozusagen schlechte Vorbilder, also Gewaltvorbilder und ähnliche Dinge, ja, so ein Schauspieler, der im Wesentlichen sowas spielt und in solchen Filmen mitspielt, der wird Erfolg haben, denn die privaten Fernsehsender werden also solche Sendungen ausstrahlen, in denen die Menschen sich zum Beispiel immer anschreien und beleidigen und so weiter oder Gewalt praktiziert und dadurch oder denken wir an DSDS, wo es zum Beruf gehört, sozusagen, arbeitssuchende Musiker zu beleidigen, chronisch und so weiter, ja, also, und das sind alles falsch, schlechte Verhaltensvorbilder, die eben mit dazu breit ertragen, zur Verrohung der Sitten und zur Verrohung und zur Beleidigungskultur der jungen Generationen, ja, und das ist also sozusagen Schauspieler, die also sozusagen Verhaltensstörungen durch, dadurch, dass sie ein schlechtes Vorbild geben in den Dingen, die sie spielen, können sie natürlich viel Geld verdienen und viele Kinder erzeugen und so weiter, viele Kinder ernähren und so weiter, weil natürlich die Wirtschaft dann gesagt, ja, wenn die Menschen Verhaltensstörungen bekommen, dann werden die Menschen noch einsamer und dann werden sie noch konsumsüchtiger und die Wirtschaft, die ja mit den Werbespots die private Fernsehindustrie bezahlt, sozusagen, verdient noch besser, ja, und deswegen sind natürlich Schauspieler, ja, falsch hier, Schauspieler natürlich Personen, die sozusagen, ja, sehr im Irrtumswelten leben müssen, sonst könnten sie nicht skrupellos diese schlechten Vorbilder abgeben, ja, sie müssen sich ja einreden, dass ihr schlechtes Vorbild geben keinen negativen Einfluss auf die Bevölkerung hätte und die Jugend zum Beispiel nicht verderben würde und so weiter, aber das Gegenteil ist der Fall, jeder Schauspieler verdirbt, wenn er schlechte Verhaltensvorbilder darstellt, verdirbt natürlich damit den Charakter der Bevölkerung und ist damit natürlich extrem schädlich, ja, weil der Mensch ist das Nachahmungstier der Evolution und ist sozusagen armt, praktisch zwanghaft, Bandura und Wolters haben das ja erforscht, dass das quasi Menschen fast zwangsweise das nachahmen, was sie von anderen als Vorbildern sehen und wenn Schauspieler schlechte Vorbilder spielen, dann hat das eine enorme Wirkung und zerstört den Charakter der gesamten Bevölkerung und dadurch werden die Menschen krachen immer mehr aufeinander, werden einsamer und konsumsüchtiger und konsumieren mehr von den Produkten, die in den privaten Fernsehsendern beworben werden. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Prozent vertrauen, 46 Prozent vertrauen diesen Berufsstand, der also voll von Selbsttäuschung sein muss, sonst könnte man diesen Beruf als Schauspieler gar nicht machen, also wenn man weiß, was Geschauspieler das anrichtet, dann kann man es ja nicht mehr machen. Wenn man sich bewusst ist, dass die Realität ist, dass man aus Schauspieler das Leben der gesamten Gesellschaft zerstört, das Sozialleben zerstört, indem man lauter Verhaltensstörungen in die Köpfe der Leute reinbringt. In jedem Krimi überall finden sie asoziales Verhalten, das als Pädagogik wirkt und den Charakter der Menschen verschlechtert und so weiter und wenn man das wüsste, dann könnte man es ja nicht tun und trotzdem solch einem von Selbstbetrug erfüllten Berufsstand vertrauen immerhin 46% der Deutschen. Also nur 54% sagen, ja nee, das sind ja merkwürdige Menschen, die uns da ständig solche schlechten Vorbilder vorspielen, wenn sie überhaupt so weit denken. Ich habe jetzt mal positiv gedacht, schauen wir mal weiter. ja, wir haben dann hier TV-Moderatoren, ja, also immerhin 50% Vertrauen ihnen, ja, na gut, da kann man jetzt nicht viel darüber sagen, denn wie gesagt, ich habe dasselbe Problem, hatten wir ja schon vorhin bei dem Thema, dass sie immerhin in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ja immerhin einen Teil ihrer Gratifikation wieder vom Steuerzahler selber bekommen und nur den Rest von der Wirtschaft bekommen, also insofern sind das nicht die Personen, denen man am wenigsten vertrauen sollte. Aber wir sehen da halt einen anderen Faktor. Es liegt auch an der Menge des Geldes, wie viel Vertrauen eine Berufsgruppe dann auch gewinnt. So, dann haben wir Händler, Verkäufer, also wir haben ja immer dargestellt hier, wir erzählen ja immer, dass die Erfindung des Tauschhandels quasi die Begründung, also die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus begründet hat und dass sozusagen die Händler nur überleben konnten, wenn sie vollgestopft waren mit gewinnbringenden Irrtümern, weil sie nur so die gesamte Weltbevölkerung unglücklich machen konnten und in die Kaufsucht treiben konnten und wer das nicht konnte, hatte als Händler keine Chance und starb aus. Das habe ich ja schon tausendmal dargestellt, dass das das neue naturwissenschaftliche Endergebnis ist und das nennt sich ja die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik als Teil der korrigierten und kompletierten genetisch-mimetischen Evolutionsbiologie und der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre. Nur mal um den Namen nochmal benannt zu haben. So, dann schauen wir mal weiter. Also, das heißt, immerhin vertrauen noch 49 Prozent den Händlern und Verkäufern, also dem größten Irrtumsmem tragenden und irreführenden Berufszweig der Welt Vertrauen 51 Prozent. Warum? Weil da so viel Geld steckt und so viele Milliarden stecken, dass die natürlich den schönen Schein machen können. Also, irgendwie die Menschen blenden können, sehr viel für ihr Image tun können und so weiter. Und Rewe zum Beispiel macht ja auch solche vertrauensbildenden Kampagnen, Werbespots und so weiter. Ja, wo ganz viel Geld ist, weil die Bürger ganz viel in die Irre geführt werden und abgezockt werden. Da ist das Image dann auch erstaunlich gut. Also, immerhin Vertrauen 51 Prozent der Bürger, der sie am stärksten in die irreführenden Berufsgruppe. Fantastisch, ne? Aber weil da eben jetzt der Faktor, dass große Geld noch eine Rolle spielt. Jetzt schauen wir mal weiter. Dann Unternehmer. Ja, das Unternehmer immerhin Vertrauen nur 47 Prozent misstrauen und da haben wir doch das gleiche Problem. Also, ein Unternehmer, der jemals in der Wahrheit leben würde, könnte doch keine Massenkunden erzeugen. Ein Unternehmer kann nur Massenkunden erzeugen, wenn er seine Kunden deren Leben zerstört und sie in die Konsumsucht bringt, denn nur in der Konsumsucht konsumieren die Leute richtig viel und er kann sich im Wettbewerb durchsetzen gegenüber den Unternehmern, die in der Wahrheit leben und also von daher sozusagen manche glauben ja jetzt zum Beispiel den Unternehmern in der Sonnenenergie und in der Windenergie oder so. Nein, man darf eigentlich keinem Unternehmer in der sozialen Marktwirtschaft vertrauen. Und erst nach der Beendigung der sozialen Marktwirtschaft durch die zweiten Scientists for Future 2 und die Umkehrung der gesamten Verhältnisse, also das völlige Umdrehen der Welt sozusagen, einmal vom Kopf auf die Füße gestellt oder vom Kopf auf die Füße gestellt, dann erst können wir Unternehmern vertrauen. Aber im Moment ist es so, dass sich in der Evolution immer die Unternehmer durchsetzen, die selber in Irrtumswelten leben und einen Riesenschaden bei ihren Kunden anrichten. So, dann gucken wir mal weiter. Aber Unternehmer haben eben auch viel Geld, können viel Imagepflege betreiben, Greenwashing, Socialwashing und so weiter und können sich ein menschenfreundliches Image geben und einfache Menschen fallen drauf rein, immerhin fallen 53 Prozent der Bevölkerung drauf rein. also die eben, um das nochmal kurz zu zeigen, 53 Prozent der Bevölkerung, also das ist der gesamte linke Block hier, fällt auf Unternehmer rein sozusagen und nur dieser Teil hier durchschaut, dass das im Rahmen des Kapitalismus, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft natürlich was ungeheuer gefährliches und schädliches ist. Handwerker, ja, warum es gibt ganze Fernsehfilme, die zeigten, dass also die Handwerker, die also wahrheitsgemäß sind und faire Gelder verdienen, gibt es ja ganze Fernsehsendungen darüber, wie die Oma beschissen, wie die Handwerker versuchen, die Oma zu bescheißen, ja, sozusagen und dass eben wer die Oma bescheißt und lauter Irrtumsgedanken vermittelt und die Kunden in die Irre führt, natürlich kann nur der richtig Geld verdienen, weil die soziale Marktwirtschaft ist ein System, was regelrecht die Abzocke zulässt, also und deswegen, obwohl es hunderte von diesen Sendungen gegeben hat, vertrauen immer noch 80 Prozent der Bürger den Handwerkern, obwohl die sie genauso gnadenlos abzocken wie alles andere und obwohl es hunderte von Fernsehsendungen darüber gab im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie die Handwerker, die Omas abzocken gnadenlos, denken sie an Schlüsseldienste oder andere Handwerker, und wie die also immer versuchen, die Leute über den Tisch zu ziehen, weil sie nur so überleben können in der sozialen Marktwirtschaft. Aber da sehen sie mal, 80 Prozent der Bürger sind so dumm, hier 80 Prozent der Bürger haben so wenig Hirnschmalz, dass sie den Betrügern vertrauen. Das ist der Hammer. Da muss man sich mal klar machen. Und da sehen wir auch, wie wenig Chancen die zweiten Scientists for Future mit ihrer Aufklärung haben. Und jetzt Polizisten, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da kann man nicht so leicht was dazu sagen, weil ja das Dilemma beim Polizisten ist ja, hier schauen wir es uns wieder an, naturwissenschaftliche Analyse, mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, ein Polizist, der wirklich dem Bürger dient und nicht auf einer, also unterschwellig sozusagen eine Komplizenschaft mit der Täterschaft, mit den Tätern eingeht, also es geht ja immer um die Frage, geht jetzt Täterschutz vor Opferschutz oder Opferschutz vor Täterschutz, ja, und ein Polizist, der wirklich in seiner Mentalität, wirklich und in seiner Polizeiphilosophie wirklich bürgerfreundlich und opferfreundlich ist und täterfeindlich ist, der kann ja gar keine Karriere machen, denn schauen wir mal hier, die frühen Polizisten, hier sind wir ja an dem Punkt der ersten, das ersten Polizisten, der ersten zwei Polizisten der Erde, ein Polizist kann ja nur dann Karriere machen, wenn er im Prinzip unterschwellig eine Komplizenschaft mit den Verbrechern eingeht, seinen Kunden, ja, seinen guten Kunden, weil er muss sich ja diese Kunden erhalten, denn die Bürger sind ja nur bereit, noch mehr Polizisten einzustellen, sodass er dann Vorgesetzter werden kann und wieder als Vorgesetzter gut verdient und dann viele Kinder ernähren kann und so weiter, dann kann er ja nur, wenn er sich unterschwellig mit den Verbrechern fusioniert quasi und diese als gute Kunden auch gut behandelt und ihnen eher ein Hotelservice liefert und so nach dem Motto, liebe Verbrecher, macht bitte weiter, damit ich neue Mitarbeiter bewilligt bekomme, weil ja so viel los ist und damit ich sozusagen Vorgesetzter von vielen werden kann, riesige Karriere machen und dann, so breitet sich dann natürlich eine solche kranke Polizeiphilosophie, wie wir sie heute auch in Deutschland überall feststellen, natürlich massenhaft aus und trotzdem vertrauen die Bürger einem solchen Zustand, der, also ein Berufsstand, der quasi schon der direkte Komplize der Verbrecher ist, ja, vertrauen 84% der Menschen in Deutschland, also 84% der Bürger in Deutschland haben so ein kleines Gehirn, dass sie sozusagen einer Berufsgruppe vertrauen, die eigentlich Täterschutz vor Opferschutz praktiziert und die eigentlich in der in der unterschwelligen Philosophie direkter Komplize der Verbrecher ist, ja, denn sonst hätten wir ja nicht solch ein massenkriminelles Verhalten in der Gesellschaft, ja, weil, wenn die nicht in Wirklichkeit unbewusste, unterschwellige Komplizen der Verbrecher wären, ne, so, dann Ingenieure und Techniker, 85% vertrauen diese Berufsgruppe, was gibt es dafür, einen Grund einem Ingenieur oder Techniker zu vertrauen, der müsste doch eigentlich genauso eingeschätzt werden wie, wie, wie ein Händler oder so und dürfte eigentlich ja, da dürften ja eigentlich nur 50% der Bevölkerung reinfallen, aber das zeigt wieder, ja, Ingenieure, ja, ach ja, die haben ja studiert und so weiter, ja, und das, da kommt dann die Blendung wieder rein, dadurch, dass in der sozialen Marktwirtschaft natürlich die Pseudowissenschaften natürlich so, so versuchen, das Image hochzuhalten, wir sind für die Wahrheit da, obwohl sie in Wirklichkeit ja nur die Blendfassade sind im Kapitalismus hier, wir, wir, gaukeln, Wissenschaft tut so, als ob sie für Wahrheit stände, im Wesentlichen ist sie ja auch eben Dienstmarkt der, der Wirtschaft sozusagen, einer für uns alle ruinierenden Wirtschaft, und wenn ich daran denke, wie unsere Gesundheit mit dem Feinstaub ruiniert wird, das macht euch nochmal alle klar, Feinstaub tötet uns, ja, und dazu tragen die Ingenieure und Techniker alle bei, dass alles das so läuft. Gut, übrigens hat er in der Statistik von Dr. Eckhard von Hirschhausen hatten also die Wissenschaftler auch nur vielleicht so ungefähr 80 Prozent, ja, weil ja da viele, immerhin noch 20 Prozent der Bevölkerung so intelligent sind, dass sie sagen, ja hoppla, ja, Wahrheitssuche schön und gut, aber die Wissenschaft ist auch nur ein Wirtschaftszweig des Kapitalismus, der in erster Linie wirtschaftsfreundliche Unwahrheiten erzeugt, ne, und von daher muss man da misstrauen, aber immerhin fallen 80 Prozent der ungebildeten und unklugen Bevölkerung so blind auf Wissenschaft ein, weil dazu muss ich natürlich sagen, ich mache ja Selbstwissenschaft, aber sozusagen die Entscheidung für die Wahrheit in der Wissenschaft ist eine Sache, die immer die eigene Karriere begrenzt und beschränkt und sehr stark reduziert, denn wenn sie sich in Wahrheitswelten bewegen, können sie ja all die Gelder, die aus der Industrie kommen und all diese, diese, die ganzen Gelder, die aus der Wirtschaft kommen und Drittmittel und so weiter, das können sie ja alles nicht abgreifen, ja, weil sie ja, sie sind ja dann unbestechlich und unkorrumpierbar und das, dann haben sie immer den gleichen schweren Stand wie in Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton, Darwin, Wallace und Mendel und so weiter hatten, die hatten, die, die waren immer von der, immer war die Masse der Pseudowissenschaftler, die waren immer die Gegner der Wahrheit, ja, das ist, das ist, das habe ich nur nochmal zur Erinnerung nochmal gesagt, das habe ich ja schon so oft gesagt, ja, jetzt schauen wir mal weiter hier, wie das so weitergeht, also, Apotheker, jetzt wird es, jetzt wird es kritisch, also jetzt, 360 Milliarden Euro im Jahr kassiert die Medizinbranche, die Pharmabranche und so weiter, jedes Jahr ab und mit den Milliarden schaffen die es, dass ihnen 87 Prozent der Bürger vertrauen, den direkten, direkten Einzelhandelsstationen der pharmazeutischen Industrie vertrauen 87 Prozent der Bürger, wie können sie nur, ich denke gerade an die jungen Frauen, die also irgendwelche Antibabypillen aus der Apotheke bekommen und dadurch dann Schlaganfälle und ähnliche Sachen bekommen und so weiter. Dr. Gerhard Reuter hat ja mit TH, hat ja auf YouTube ganz deutlich bewiesen, hundertprozentig bewiesen, dass das eben nichts uns mehr tötet als die Medizin, also der Feinstaub, die Medizin, die Lebensmittelindustrie, das sind unsere ganz großen Killer, der Straßenverkehr und so weiter, das sind die Sachen, die uns abschlachten und frühzeitig sterben lassen und so weiter und dem Vertrauen sie, warum vertrauen dem 87 Prozent der Bevölkerung, warum sind 87 Prozent der Bevölkerung, haben so kleine Gehirne, dass sie darauf reinfallen? Ja natürlich, weil die, jetzt kommen wir wieder zu dem Geldfaktor, weil hier so unendlich viel Geld ist, dass natürlich unheimlich viel für die Imagepflege getan wird und ganz viel Blendwerk gemacht werden kann, sodass die Menschen dem vertrauen, was sie umbringt. Schaut euch Dr. Gerd Reuter mit TH an bei YouTube, die neuesten Videos, ihr werdet mit den Ohren schlackern. Das ist also, dieser Dr. Med. Gerd Reuter ist nur einer von Tausenden, die ich in den letzten Jahrzehnten gehört habe, die alle das Gleiche sagen. In der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus ist Medizin ein mörderisches Ding, ja. So, dann schauen wir mal weiter. Piloten, ja. Ja, warum Menschen diesen vertrauen, obwohl es nichts anderes sind als genau genommen ganz normale Autofahrer, die ein bisschen mehr lernen müssen als jemand, der seinen Führerschein macht und warum die Menschen dem vertrauen und wo doch so viele Berichte davon sind, dass die durch die ganze Welt jetten und oft völlig entwurzelt sind und seelisch im Stress sind und dann oft sogar Drogen nehmen und Medikamente nehmen und so weiter. Das ist schon erstaunlich. Aber vielleicht schafft das ja auch, ist die Luftfahrtindustrie auch wieder reich genug, um zu verschleiern, dass manche Flugzeugabstürze in Wirklichkeit Pilotenfehler sind aufgrund von von den ganzen drogenkranken Piloten, ja. Also auch wieder vielleicht die Macht des Geldes, ne. So, und jetzt jemand, jemand macht einen Führerschein wie Sie, nur dass er den macht für Bus und Lok und U-Bahn und Straßenbahnführer, also ja, also na gut, da fehlen mir die Worte und jetzt passen Sie auf, auf dem dritten Platz Ärzte, also nochmal, um noch einmal ganz klar zu machen, also mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, der erste Schamane in der Evolution der Menschheit, hier der eine, die ersten zwei natürlich, hier der Schamane, der Wahrheiten sagt und den Leuten gute Gesundheitstipps gibt, sodass sie ihn nie wieder brauchen und er nie wieder Geld verdient, der stirbt natürlich aus und geht pleite, weil im Wettbewerb dazu andere Schamanen sind, die den Leuten vorgaukeln, dass ihre krankmachenden Kräutertrünke, die in Wirklichkeit kurzfristig vielleicht Schmerzsymptome unterdrücken, aber langfristig die Krankheit eher begünstigen, die machen natürlich viel mehr Profit, können viele Kinder ernähren, können ganze Medizindynastien begründen und so weiter und dem, jetzt, da sehen wir, dass wir keine Chance haben, dem Vertrauen 89 Prozent der Bevölkerung, das heißt, wir haben also nur gerade mal elf Prozent, die überhaupt wahrheitsgemäß ahnen, also nur diese elf Prozent hier ahnen, dass die Medizin natürlich für uns, wieder hier nochmal, wo haben wir ihn, hier Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Deutschen Patienten Verbands, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden, also da haben wir also nur Chancen bei nur elf Prozent der Bevölkerung, weil der Rest so durch dieses viele Geld, was in dieser Branche steckt, so der Hirnwäsche glaubt, dass die Medizin nicht sie chronisch krank macht und langfristig vorzeitig tötet, natürlich ist das Ziel nicht, also hier evolutionsbiologisch ist das Ziel natürlich niemals Menschen vorzeitig zu töten, denn das würde ja bedeuten, dass man Kunden verliert, aber das Resultat, wenn ich Menschen chronisch krank mache und halte durch Medikamente quasi in chronische Krankheitsverläufe verstricke, dann ist leider das Risiko, dass die leider dann immer vorzeitig versterben, ja, sonst wäre es ja nicht so, dass in den Alten- und Pflegeheimen, wie Dr. Medgerd Reuter so schön sagt, dass die Leute dort, in den Alten- und Pflegeheimen werden die Menschen regelrecht mit Pharmacocktails überschüttet sozusagen und sterben deswegen ganz viel schneller, als wenn sie allein zu Hause sind, weil sie sich dann nicht so viel Medikamente aufschwatzen lassen sozusagen und weil sie dann nicht immer der tägliche Zugriff des Heimarztes ist, der sie vollstopft mit Tabletten sozusagen und dadurch, dass die Leute in Alten- und Pflegeheimen dann so schnell sterben, ja, das ist natürlich unerwünscht, denn natürlich wünscht man sich, dass die Patienten so lange wie möglich leben, damit man so lange wie möglich an ihnen verdienen kann, aber leider, wenn ich die Leute chronisch krank mache und Tabletten abhängig mache und tablettensüchtig ist es leider die unvermeidliche Folge, dass die leider dann sehr früh sterben und das ist dann einfach nur Pech, so ist das, ja, so funktioniert die soziale Marktwirtschaft und jetzt schauen wir mal weiter, wo haben wir es hier, also Übrigens war das auch bei Dr. Eckart von Hirschhausen, den haben wir ja, haben ja die Ehrenamtlichen versucht zu kontaktieren, da war auch ganz deutlich, auch der ist natürlich nur jemand, der, der dem Geldverdienen seines Berufsstandes dient, auch wenn er manchmal so ein bisschen kritisch tut, aber natürlich ist er nur ein kapitalistischer, erzkapitalistischer Prediger für die Geldmachmaschine Medizin, ne, das hat er schließlich auch studiert, wie man, wie man da in Illusionen lebt und die Bürger krank macht, ne, und ja, und jetzt Krankenschwestern und Pfleger, da vertrauen 95 Prozent, jetzt passen Sie auf, nur noch, da haben wir nur noch 5 Prozent, die halbwegs durchschauen, dass die natürlich dem gleichen medizinmafiösen, kapitalistischen, sozialen marktwirtschaftlichen System unterliegen und uns alle umbringen und obwohl wir ja schon von von Hunderten von Pflegern gehört haben, die Leute tot gespritzt haben, absichtlich und so weiter und umgebracht haben und so weiter, vertrauen die Menschen immer noch den Pflegern, aber das, das kann auch eben wahrscheinlich nur daran liegen, weil da wiederum so viel Geld drin steckt in diesem ganzen Business, dass da auch die Krankenschwestern und so weiter so einen Heiligenschein bekommen haben und so weiter, obwohl sie ja eigentlich nichts anderes sind, als dass sie die Helfershelfer der Ermordung oder der, 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 des Krankmachens und des chronisch Krankmachens und letztendlich dadurch ungewollt Tötens der Bevölkerung sind sozusagen, ja. Ich sage immer, wenn Sie, also Krankenhaus, Sie müssten das Wort Krankenhaus, müssen Sie evolutionsbiologisch gesehen, immer mit dem Wort Schlachthaus ersetzen. Sie werden dort geschlachtet und wenn man Ihnen nur Teile wegschneidet, können Sie da vielleicht noch lebend wieder rauskommen, aber irgendwann werden Sie auch zu Tode geschlachtet. So, dann schauen wir weiter. Wo war's? Hier. Und wer hat die größte Glaubwürdigkeit? Feuerwehrleute und Sanitäter. Bei Sanitätern gilt wieder das Gleiche. Wie viel Prozent? Wie viel Prozent? Sechs, vier Prozent durchschauen, dass natürlich auch Sanitäter im Kapitalismus brandgefährlich sind. Ja, also nur vier Prozent können das noch schaffen. Also wir können also nicht mehr als vier Prozent der Gesellschaft, müssen wir versuchen zu überzeugen, nur die klügsten vier Prozent der Gesellschaft, wo wir überhaupt einen Ansatzpunkt haben, weil die auch wenigstens ansatzweise verstehen, ja, also Sanitäter gehören ja zu dieser gesamten Medizin, pharmakapitalistischen Medizin, Pharma-Mafia sozusagen. Und da geht es natürlich darum, uns chronisch krank zu machen und zu schädigen. Und natürlich ist der Sanitäter nur der Zuträger dazu. Und Feuerwehrleute, da hat man doch schon so oft gesehen, dass es Feuerwehrleute gibt, die also selber Brände legen, weil sie ja selbst auch wieder, jetzt haben wir wieder den gleichen Mechanismus wie bei der Polizei. Ja, wir hatten ja vorhin den Polizisten, der bürgerfreundlich ist im Kapitalismus und den Polizisten, der täterfreundlich ist, verbrecherfreundlich ist und der Komplize der Verbrecher ist. Sonst von seiner Mentalität und Einstellung her. Also sagt, ach, wir müssen ja Mitleid haben mit diesen Verbrechern, die sind ja alle Opfer der Gesellschaft und so weiter. Und genauso ist es ja mit dem Feuerwehrmann. Wenn der Feuerwehrmann wirklich sozusagen Ruhm und Erfolg haben will und zündelt niemals selber, dann wird er natürlich immer nur zu realen Bränden gerufen werden, während der, der selber zündelt, ja, der uns selber Brände legt, ja, als Brandstifter sozusagen, der kann dann als der Held auftreten und kann dann berühmt werden und kann Achtung bekommen, kann bei den Frauen beliebt werden als der Retter in der Not, weil der Kapitalismus solche verrückten Dinge zulässt. Und jetzt nochmal gesagt, nur durch die Einführung, die Umkehrung, das gesamte System muss beendet werden, muss quasi vom Kopf auf die Füße gestellt werden und nur mein gesteigertes Wohlfühlen und mein verbesserte Gesundheitszustand darf zu Verdiensten führen und wenn mein Wohlfühlen schlechter wird, zum Beispiel durch einen gelegten Brand oder durch einen geförderten Kriminellen, den die Polizei so richtig schön unterstützt sozusagen als Komplize, dann sozusagen, ja, dann, also wenn meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitsdaten über alle Verdienste entscheiden und wenn ich mich unwohl fühle, weil ich Opfer eines Feuerwehrmannes werde, der selber Brände legt, eines brandstiftenden Feuerwehrmannes, dann gebe ich schlechte Wohlfühlnoten ab, habe vielleicht Verbrennungen, deswegen schlechte Gesundheitsdaten und so weiter und dann wird dieser Feuerwehrmann oder diese Art Feuerwehrmann zu sein und Polizist zu sein eher aussterben unter den neuen Bedingungen sozusagen und derjenige, der mir wirklich hilft und der mein Wohlfühlen verbessert, mich zuverlässig schützt vor Straftätern und vor Bränden schützt, präventiv und so weiter, schützt vor Bränden und so weiter, dem kann ich dann vertrauen, wirklich, also weil der verdient nur dann gut und wird auch nur dann Gratifikationen erhalten, wird nur dann Ruhm ernten, wenn bei uns, bei mir nie ein Feuer ausbricht, weil er mich so gut berät und weil ich nie Opfer von Straftaten wird, weil er so mit den Tätern spricht, so dass er sie auf den rechten Weg zurückführt und präventiv dafür sorgt, dass die nie wieder eine Straftat begehen sozusagen. Durch eine richtige Mischung aus hartem Durchgreifen und verständnisvollem Reden und versuchen, die Menschen auf einen nicht kriminellen Weg zu bringen. Ja, also ich hoffe, es ist nochmal deutlich geworden, ich fand das so interessant, aber das zeigt deutlich, dass wir also 96 Prozent der Bevölkerung völlig abhaken können, weil die noch an den Weihnachtsmann glauben, weil die noch an den Osterhasen glauben und weil die nicht begreifen, dass in der sozialen Marktwirtschaft im Kapitalismus alles verrückt und schädlich ist sozusagen und dass deswegen die soziale Marktwirtschaft unbedingt durch die zweiten Scientists for Future 2 beendet werden muss. Also nur vier Prozent sind klug genug, also das ist erschreckend, ja, um überhaupt mal mit ihnen einen Gesprächsanknüpfungspunkt zu haben, ja, weil irgendwie die anderen 96 Prozent glauben immer irgendwie an den Weihnachtsmann, nämlich dass in der sozialen Marktwirtschaft auch nur irgendetwas gut sein könne. In Wirklichkeit ist die soziale Marktwirtschaft genau das, was uns nicht mit 127 Jahren gesund in Ruhe einschlafen lässt und mit 127 gesund sterben lässt, an Altersschwäche sozusagen, sondern die soziale Marktwirtschaft, wie die Dr. Gerd Reuter so schön sagte, den Menschen heutzutage finden sie immer in jeder Obduktion eine echte Todesursache, ja, einen echten Grund, was sie umgebracht hat, ja. Und da ist der Punkt, dass also sozusagen wir alle schon, die Tendenz geht ja jetzt wieder Richtung 77 sozusagen, dass wir alle schon 50 Jahre vorher umgebracht werden durch die soziale Marktwirtschaft und mit 47, also 80 Jahre vor unserem natürlichen Krankheits- und Sterbepunkt sozusagen, 80 Jahre vorher macht uns die Maschinerie der sozialen Marktwirtschaft schon durchschnittlich chronisch krank. Toll. Und nur vier Prozent, mit vier Prozent, die sind überhaupt intelligent genug, um sowas auch nur ansatzweise ahnen zu können. Ja, jetzt verstehe ich, da haben es natürlich die zweiten Scientists for Future 2 wirklich schwer, da durchzudringen. Alles klar, tschüssi.